In Deutschland gibt es ein Recht auf soziale Absicherung. Falls Sie für Ihr Einkommen nicht mehr selbst sorgen können, kann Ihnen eine finanzielle Grundsicherung zur Verfügung gestellt werden. Gerade auch dann, wenn Sie das Rentenalter erreicht haben, krank geworden sind und unter Altersarmut zu leiden haben. Was ist eine Grundsicherung? Und woher wissen Sie, ob Sie ein Anrecht darauf haben? Die Grundsicherung hilft Ihnen dabei, Ihre aktuelle Lebenssituation zu stabilisieren, falls Ihnen dies in Ihrer Lage nicht mehr möglich ist. Die Broschüre des SoVD erklärt Ihnen, ob Sie einen Anspruch auf Grundsicherung haben. Hier erhalten Sie Informationen, mit denen Sie Ihre Lebenssituation selber einschätzen können. Gemessen am Status Ihrer Erwerbstätigkeit, Ihrer Wohnsituation, dem Einkommen und Vermögen, ermittelt sich Ihr Anspruch auf die Leistung der Grundsicherung. Dies setzt sich aus verschiedenen Einzelleistungen zusammen. Regelbedarf, Kosten für Unterkunft und Heizung, mehr Bedarfe, Bedarfe für Kranken- und Pflegeversicherung, einmalige Bedarfe, Bildungsbedarfe, darlehensweise Leistungen. Viele weitere Einzelheiten und Informationen zur Grundsicherung finden Sie entweder in unserer neuen Broschüre oder auf www.sovd.de 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 www.sovd.de